Wir haben beschlossen, ein Kind zu haben, weil wir hatten ein freies Zimmer, so eine Art Rumpelkammer. Und je länger ich mir den Saustall da drin angeguckt habe, desto klarer ist das für mich gewesen. Ein Kind. Ich immer den Kürzeren ziehe. Verstehst du? Weißt du, ich war verrückt nach dir und ich wollte echt gern mit dir schlafen. Irgendwann mal, aber nicht gerade mit 15. Und als du dann Schluss gemacht hast, weil du hast mit mir Schluss gemacht. Bis zum nächsten Mal.